Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, das ist schon für jemanden, der ein paar Tage jetzt nicht mehr bei der Bildungspolitik dabei ist, insbesondere dann der fundierte Redebeitrag von Frau Oldenburg mit sehr praxisnahen Bezügen, schon sehr beeindruckend gewesen, das muss ich sagen. Und in gewisser Weise haben Sie uns dann ja auch einen Spiegel vorgehalten, dass wir in diesem Bereich, tja, ich will jetzt nicht das Wort Missstände verwenden, aber Handlungsbedarf sehen und insofern, denke ich, können Sie politischen Erfolg für sich sozusagen verbuchen beim Antrag der BMV, dass wir dieses Thema jetzt weiter behandeln wollen und zwar im Ausschuss, wo es dann hingehört. Also, herzlichen Glückwunsch für diesen politischen Erfolg.